moin leute und willkommen zurück zu ARK heute wollte ich mal was neues ausprobieren und zwar wird das hier ein mod showcase also eine vorstellung showcase spotlight wie auch immer und dafür habe ich mir eine bestimmte mod ausgesucht und zwar die awesome ammo mod ja da das hier der erste versuch in die richtung ist würde ich mich über ein feedback freuen wie ihr das so fandet und natürlich könnte auch gerne in die kommentare schreiben wenn ihr auch vorschläge habt ob ich noch andere mods vorstellen soll oder so aber ja gesagt wie gesagt heute haben wir die awesome ammo mod dafür habe ich schon mal ein kleines bisschen hier vorbereitet so eine kleine shooting range und ja hier haben wir schon mal mit dem unspektakulärsten an das sind halt die maschinen oder werkbänke die bei der mod dabei sind da haben wir zum einen hier den awesome mortar das ist ja eine verbesserte art von mörser und stößel da kann man die standard sachen drin herstellen und auch das hier das ist advanced gunpowder das braucht man für viele munitions arten von dieser mod und ja hier haben wir den die awesome forge die funktioniert mit benzin und da können kann halt metall drin geschmolzen werden und auch unter anderem die metalle die man für die mod braucht hier haben wir blei silber 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 blei blei also wiederholt sich auch man kann hier mehrere sachen gleichzeitig kraften dann haben wir hier was ganz besonderes das habe ich vorher so noch nicht gesehen das ist ein artefakt crusher da kann man halt random egal welche artefakte drin zerkleinern und daraus hier so unstable splinter radioaktives material raus bekommen und dann haben wir noch die crafting bench von der mod da werden natürlich die ganzen munitions arten und aber man kann auch die standard waffen herstellen also alles was mit waffen zu tun hat wird hier drin hergestellt und eine bestimmte rüstung gibt es noch die ist bei der mod dabei die habe ich auch schon an ich weiß sieht aus wie die ganz normale sport rüstung aber das ist eine blei rüstung und sie soll ein angeblich vor strahlung schützen super jetzt wird's nacht die überspringen mama kurz bis gleich so da ist die nacht auch vorbei und dann werden wir direkt mal loslegen mit der ersten waffe würde ich sagen das ist sie der einfache revolver der hat nur zwei verschiedene munitions typen das ist einmal die ap munition und die signal munition und ja ich habe auch hier die standard munition drin aber leider zeigen diese dummies den schaden von der normalen munition nicht an also da steht man null das heißt man hat einen schlechten vergleich ich meine das kommt ja auch immer auf die eigenen spieleinstellungen an und so was auf jeden fall zeige ich euch jetzt mal die damage von der ap munition 23.000 das ist schon krass dafür muss man auch nach jedem schuss nachladen wie man sich vorstellen kann sind die meisten normalen dinos damit ein one shot dann haben wir noch die signal munition die macht gar keinen schaden an tieren die ist nur dafür da um diese leuchtkugeln abzuschießen gutes feuerwerk ja auf jeden fall nachts praktisch damit kann man die ganze umgebung erhellen man sieht hier schon diesen grünen schein es hält aber auch nicht allzu lange an also wenn wir hier so langsam auf dem boden zu gehen dann hören die auch aufzuleuchten vielleicht testen wir gerade noch mal die andere munition oh da macht das schon gar nicht mehr so viel schaden was ist denn das für ein level 95 auf jeden fall aber deutlich mehr schaden als die normale pistolen munition für die fabricated pistol haben wir einmal auch ap munition brand munition das war explosiv munition betäubung munition komischerweise sind auch die stacks unterschiedlich groß hier sieht man zum beispiel die sind maximal mit 10 gestapelt die hier mit 60 die mit 50 weiß ich auch nicht genau woran das liegt so fangen wir an mit der ap munition die macht übrigens auch schaden an strukturen wie man hier sieht dies noch ganz und jetzt nicht mehr und man kann sogar bäume fällen damit das finde ich sehr krass oder auch felsen weg sprengen ok jetzt stecken wir mal ganz kurz den schaden aus aber ich mache das jetzt an den puppen hier sieht ein bisschen weniger als die simple pistol aber dafür kann die halt schneller hintereinander schießen und muss nicht nach jedem schuss nachladen so dann haben wir hier die he munition da ist der schaden ein bisschen gesteuert oder bzw der schaden hat einen radius und macht auch schaden an strukturen wenn ich mich nicht irre oha eine steinmauer mit einem schuss das ist krank das ist echt krank wo habe ich gar nicht gesehen da hinten dann haben wir die brand munition die zeigt jetzt wieder null an ich habe aber vorsichtshalber hier ein paar fischer habe ich gezähnt also man sieht es wirkt auf jeden fall trank munition ja da hätte ich gar nicht rüber laufen brauchen das können wir auch direkt testen zisch das teil hier ist übrigens dafür da um die munition wieder aus dem magazin zu holen weil solange da spezial munition drin ist kann man die normale munition nicht benutzen dafür muss man erst dieses teil rein tun und das kann man dann hier wieder entfernen und dann kann man normale munition rein tun jetzt haben wir hier verschiedene long neck munition auch wieder signal munition betäubungs munition und ap munition aber die macht schon ordentlich damage mit ap munition dann probieren wir mal die signal munition aber die dürfte wahrscheinlich genauso wenig effektiv sein wie die von der pistole ja die macht keinen schaden dann die trank munition die dürfte ja dann hoffentlich ein bisschen effektiver sein aha ein schuss bei einem level 130 para also das ist schon stark auf jeden fall deutlich stärker als die darts und zielsicherer als die darts okay ich will jetzt nicht alle fischer mit dieser waffe down machen unbedingt da haben wir natürlich zwei verschiedene shotguns ich kann die in beiden benutzen einmal welche war das jetzt die blaue munition cluster he shotgun munition da sieht man die teilt sich auf in einzelne projektile und explodiert dann sogar okay das müssen wir wieder testen also auf entfernung ist das nix so jetzt nochmal okay das macht schon ordentlich schaden dann mal die andere shotgun testen also das macht schon echt ordentlich schaden gucken wir mal HE munition ich denke mal die wird sich dann wohl nicht aufteilen also auch eine exklusiv munition und kann auch die umgebung zerstören okay aber da fehlt noch was wir haben noch so eine c4 spreng munition so da haben wir noch die c4 munition stickybomb shotgun ammo doch es macht schaden aber es wird nicht angezeigt also keine zahl okay bei strukturen zeigt es doch schaden an also das ist ja krass also mit der mod kann man auf jeden fall richtig in den krieg ziehen so jetzt aber zur nächsten waffe da haben wir einmal AP munition HE munition heilungs munition auch auch brand munition und betäubungs munition aha 850 pro schuss das ist schon mega für diese schuss geschwindigkeit das ist krass okay ich möchte mal die heilungs munition ausprobieren ach die sind beide noch down hier okay der hat kein volles leben dann schießen wir mal auf den ich denke ja mal das ist für eigene fischer gedacht ja da sieht man wie das leben hoch geht ja cool dann haben wir natürlich wieder brand munition die kennen wir ja mittlerweile ich habe gerade noch festgestellt der brandschaden den die munition verursacht der ist prozentual also je stärker das viel ist oder je mehr lebens hat desto mehr zieht die brandschaden sache auch ab das ist schon sehr krass bleiben nur noch das sniper rifle die der raketen werfer und der flammen werfer der flammen werfer ist übrigens ein spezieller der ist wird mit der mod mitgeliefert der heißt gas flamethrower und die flamme davon ist grün der schaden ist mickrig also das also bei den ganzen waffen die es hier zur auswahl gibt ist der flammen werfer eindeutig die schlechteste naja das wird nix dann probieren wir doch mal den raketen werfer naja man hört jetzt auch schon so ein kleines piepsen oha also die splittet sich auf und die einzelnen teile suchen dann auch noch ihr ziel das ist schon richtig krass und die machen auch ordentlich schaden und zerstören die umgebung das ist eine geile mod oh wie geht das denn trotz gott modus so kommen wir zum höhepunkt die ganze rüstung und der raketenwerfer ist übrigens gerade eben bei der aktion kaputt gegangen die sniper munition da gibt es nur zwei verschiedene einmal die ap munition die testen wir einmal gerade die andere munition komme ich jetzt gleich holen ihr seht dann warum fast 1000 ja das ist doch schon was und ok jetzt kommt die ultimative munition es gibt einen grund warum ich noch drinnen liegen gelassen habe und zwar ist das nuklearmunition das ist auch der grund warum diese boxen hier die gehören ja auch zum mod habe ich noch gar nicht gesagt das sind ja die ammo storage boxen gibt es auch zum an die wand hängen und die sind halt aus blei damit die isoliert sind weil wenn ihr jetzt seht wie ich sie rüber ziehe kriegen wir sofort hier radioaktivitätsschaden ich dachte eigentlich dass diese blei rüstung dafür davor schützen würde aber tut sie nicht und jetzt macht das macht so was gefasst die ist echt krank da hinten auf der anderen seite ist was ich weiß nicht wie hoch der schaden ist wenn man nicht im god mode ist können wir jetzt gleich mal ausprobieren wie ihr seht seht ihr nichts 61.000 schaden und das sniper rifle ist instant nach einem schuss kaputt gegangen also ich glaube damit kann man schon eine ganze dino armee ausradieren auf jeden fall ok ich mach mal kurz den creative mode raus dann sehen wir mal was wir an schaden bekommen nix wieso nix ah doch so langsam kommt aber füllt sich direkt wieder auf ok ich weiß jetzt nicht wie stark ich die lebensregeneration eingestellt habe hier aber es macht auf jeden fall ordentlich schaden und ja das war's von der awesome ammo mod ihr könnt aber gerne in die kommentare schreiben wie ihr die so findet und wie ihr das allgemein so findet dass ich eine mod vorstellung gemacht habe und wenn ihr möchtet könnt ihr natürlich auch gerne vorschläge machen für andere vorstellungen und ja haut rein leute bis zum nächsten mal tschau